Hallo, hier ist Martin von MoneyMankies, das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 13.01.2021. Ja, und unser DAX-Hin kann man heute mal in die Ecke stellen, der wird schon wissen, was er verkehrt gemacht hat. Also, da habe ich auch wahrgenommen, dass einige wirklich zu kämpfen hatten. Also, in Intraday-Bewegung, da werden alle jetzt so ein bisschen die Stirn runzeln, die vielleicht einmal in der Woche oder einmal im Monat irgendwo einen K.O.-Schein nehmen, den dann tagelang laufen lassen. Die werden sich sagen, ist doch gar nichts gewesen. Wer aber Intraday am Traden unterwegs ist, der hat am DAX nicht unbedingt seine Freude gehabt, hat viele Sachen gemacht, die er sonst immer macht. Einfach anders gebrochen halt, ne. Wir hatten eine schöne Verkeilung drin, wir hatten eine neue Tiefvolk. Also, die Verkeilung erstmal nicht aufgenommen, nicht sauber. Der hat erst einmal oben Fehl ausgebrochen, dann unten Fehl ausgebrochen, dann nochmal oben Fehl ausgebrochen. Erst dann, ne halt, unten ausgebrochen, dann oben erst raus. Dann eine schöne dynamische Aufwärtsbewegung gestellt, wo man eigentlich schon hätte davon ausgehen können, dass dies dann auch bis 14.000 schafft. Den hatten abgedreht, dann nochmal ein neues Tagestief. Am neuen Tagestief dann aber, was ja eigentlich ein Verkaufssignal gewesen ist, dann auch nicht nach unten losgelegt hat, sondern wieder komplett zurück, die ganze Kiste. Also, das ist definitiv eher ein Tag gewesen, der viele geärgert hat. Einfach, weil er vom typischen Bewegungsverhalten, der, ich sag mal, Normtag im DAX, abgewichen hat. Das heißt, es ist ein Ausnahmetag. Ich bezeichne das immer ganz gerne so. Die gibt es in der Form, die gibt es aber auch in der anderen Form. Wenn er zum Beispiel einfach mal so 500, 600 Punkte am Stück durchrennt, das hat man auch ein, zweimal pro Monat drin. Und dann sitzen auch immer alle da und hinterfragen gleich und sagen sich, boah, nee, was ist das hier für eine Scheiße? Und ich muss mein ganzes Setup überprüfen, ich muss mein ganzes Setup anpassen. Man sollte immer versuchen, nicht jeden Tag 100% traden zu können. Das ist, glaube ich, eine Hilfestellung oder auch ein Rat, der vielen so vielleicht nicht bewusst ist. Man muss am Markt nicht immer jede Situation gut getradet bekommen. Und das kann auch kein System, kein Setup, kein Handelssystem kommt mit jeder Situation klar. Deswegen ist es wichtig, dass ihr erkennt, wo seid ihr gut und wo seid ihr schlecht. Was liegt euch? Was liegt euch nicht? Und dann macht euch die Mühe, guckt euch ein bisschen an, wann kommen die Bewegungen, wie fängt so ein Tag an, der Scheiße endet? Und ich kann euch das so aus meiner Perspektive sagen, ich habe halt irgendwann ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommen. Also das bekommt man sogar relativ schnell. Man macht sich bloß zu spät erst bewusst. Deswegen sage ich es, damit es dem einen oder anderen vielleicht einfach auch ein bisschen eher ins Bewusstsein kommt. Die fangen in der Regel immer wieder gleich an. Und wenn man sich versucht, an diesem Anfang zu bremsen, dass man sagt, boah, nee, das ist so ein komischer Tag, der ist hier schon wieder so und dann kommt bestimmt das noch. Und am Tagesende haue ich einen Bildschirm aus dem Fenster, so ungefähr. Dann hört halt gleich am Anfang des Tages auf, lasst das halt sein. Also wir haben zum Beispiel auch bei uns gesagt, okay, wir gehen halt über 14.000, wollen wir was machen. Oder halt hier unten vielleicht mal gucken. Gegebenenfalls auch bei Stundenschluss unter der 880. Das ist alles dreist nicht gekommen. Nichts davon, gar nichts. Das heißt im besten Fall, ein Tag gewesen, an dem man nicht gehandelt hat. Aber so wie das ist, fühlen sich dann viele immer so reingedrängt, wollen dann unbedingt was machen, haben vielleicht auch ein Tagesziel an Punkten, was sie machen wollen, versuchen dann drin rumzuhacken und am Ende sieht es dann scheiße aus, weil nichts geklappt hat, nur Minus. Das ist ein bisschen schade halt. Das sind ja auch so Sachen, die man normal halt immer mit den Seminaren halt immer ein bisschen versuchen zu beheben. Ich bin mal am gucken. Ich wollte das ja eigentlich in meiner Online-Bibliothek da mit den Kursen, aber das dauert so ewig. Ich glaube, ich habe damals im März, Mitte März, April, habe ich damals, glaube ich, gesagt, dass wir da die ersten Videos dann mal reinstellen. Die sind ja jetzt erst im Dezember gekommen. Mal gucken, wie sich das so die nächsten Tage entwickelt. Sonst müssen wir vielleicht nochmal auch eins reinschieben. Wir gucken mal. Mir ist das bloß wichtig, weil das halt wieder akut ist, weil ich das auch von ganz vielen gesehen habe, dass sie gestöhnt haben. Für mich halt ein Tag, wo ich sage, muss man nicht so viel machen, weil es kam nichts, gar nichts. Es kam weder das Überwinden der 14.000, noch kam ein Stundenschluss unter der 8.80, noch kam hier unten die 7.80. Also eigentlich ein Tag, wo man nicht hätte so viel machen müssen halt. Und es ist halt oft so, dass man aus der Langeweile heraus dann irgendwelchen Quatsch macht, über den man sich dann ärgert. Und das Gute am Trading ist ja, dass weniger mehr macht. In dem Moment, wo ich weniger trade, habe ich oft in der Regel auch mehr Gewinn. Das widerspricht jedem Denkvermögen, was man in meinem Kopf hat, weil man immer genau glaubt, es ist andersrum. Man sitzt immer da und denkt sich, ach, ich war den ganzen Tag auf Arbeit und hätte ich das noch handeln können, hätte ich das noch handeln können, dann hätte ich so gute Gewinne. In der Regel ist es genau andersrum. Umso weniger ich handel, umso mehr ich weglasse von den schlechten Trades und mich auf die konzentriere, die gut sind, umso besser bin ich am Monatsende, am Jahresende. Das ist einfach mal so ein bisschen hergerufen von mir. Weil ich sehe, dass das immer so ein Thema ist, wo auch viele die falsche Zielstellung suchen und die falsche Erwartungshaltung haben am Trading. Intraday Trading muss nicht an jedem Tag immer wieder euch aus der Hand fressen. Es gibt Tage, die klappen nicht und die Kunst ist, die zeitig zu beenden. Das ist das, was ich als Trader trainieren muss. Nicht, dass ich jeden Tag perfekt getradet bekomme. Wenn ihr euch auf so eine Tage fokussiert, glaubt mir, dann kommt so ein 500-Punkte-Tag, ihr nehmt da überhaupt nichts mit, vielleicht 20 Punkte oder stoppt euch mit 30 Punkten aus und kriegt überhaupt nichts von der Bewegung, die dann drin ist, weil ihr euch dann so fokussiert auf so eine Tage habt und dafür kommt ihr auch nicht oft genug. Dazwischen liegt die Norm, das ist für mich so eine kleine Ausreißer. Es gibt auch die großen Ausreißer. Aber die anderen Tage sind in der Regel doch deutlich anders vom Bewegungsverhalten halt. Da macht auch ein Trend, braucht mal eine Bewegung und so weiter. Gut, okay. Ihr seht, ich fasse hier nur, wie sage ich mal, moralische Trading-Unterstützung. Also ein bisschen Handwerk, Psychologie, vielleicht im weitesten Sinne sogar Mindset. Das ist halt einfach auch wichtig. Technisch brauchen wir hier nicht zu sprechen. Das ist genau der gleiche Tag wie vorher. Sieht fast auch genauso gleich aus. Bloß nicht ganz so ausgeprägt. Wir haben hier gesehen, runter hoch. Wir haben hier gesehen, runter nicht ganz bis hoch. Damit stehen wir etwas leicht unter dem Tagesstoß vom Vortag. Damit aber auch deutlich über dem Tagestief. Das heißt, auch die Tageskerze müsste im Prinzip genauso aussehen wie die vorherige. Bloß etwas tiefer wahrscheinlich. Der Kerzenkörper vielleicht auch etwas größer, da wir hier mit einem Aufwärtsgebranen gekommen sind. Aber ohne nichts sagen. Wichtig ist, brechen wir hier unten raus. Achtet mir weiter auf die 7,8. Das bleibt alles gültig, was wir gestern gesagt haben. Alles. Alles. Stundenschluss unter 8,80. Bisschen aufpassen. Platz bis 800 gibt der dann. Kriegen wir hier unten die 7,70. Kann sie nach oben reagieren. Kriegen wir einen DAX wieder über 14.000. Lasst den ruhig mal hier ranlaufen. Lasst den vielleicht erstmal an eine 14,50 rennen. 14,90, 14,100 kann er erstmal wieder runter. Wahrscheinlich ein bisschen eher. 14,85, 14,90 wieder runter. Brichtet das aber nach oben. Dann die 2,60, 2,70, bla bla bla. Das ist alles gleich. Von daher können wir hier in dem Sinne auch schon zumachen. Tagesschaft brauchen wir gar nicht gucken. Das ändert sich jetzt dadurch nicht. Und behaltet mir das, was wir gestern gesagt haben, mit drin. Und wie gesagt, achtet so ein bisschen auf dieses, dass ihr euch da nicht verrückt macht. Wenn ihr auch mal so einen Tag nicht gegriffen habt, das gehört dazu. Auch ich habe, so einen Tag wie heute sitze ich auch da und schüttel mit dem Kopf. Jedes Mal, wenn ich eine Linie anlege und mir denke, naja, wenn er das macht, dann schafft er das. Und ich sehe dann, dass er komplett verweigert und das auskontert. Und ich denke mir dann immer, ach Mensch, nee, scheiße halt. Es ist kacke. Weil ich ganz genau weiß, dass da dann wieder welche reinspringen, die dann ungeduldig wurden. Und dann unbedingt irgendwas noch machen wollten heute. Und dann nutzen die natürlich das erstbeste Signal. Das wird dann ein Fehlsignal. Das ist scheiße. Freue ich mich auch nicht drüber. Und dann sitze ich auch da und schüttel die ganze Zeit mit dem Kopf. Was der DAX macht halt, ne. So, von daher, das einfach nochmal so ein bisschen mitgegeben, dass ihr auch da nicht alleine seid. Das geht ganz vielen so. Also auch heute ganz speziell oder am Dienstag ganz speziell ging das ganz, ganz vielen so. Haben wirklich viele ihre Probleme mitgehabt. Wer da gut mitgekommen ist, dann ist das so. Das geht eher wirklich in die Richtung derer, die sich hier schwer getan haben. Und ich glaube, davon gab es ganz schön viele. Die anderen, denen das leicht gefallen ist, die haben halt an anderen Stellen ihre Probleme. Das ist einfach so. Jeder hat so seinen Fokus und das ist aber eure Aufgabe, ein bisschen zu lernen. Wo ist eure Stärke? Wo ist eure Schwäche? Welche Tage liegen mir gut? Welche liegen mir nicht? Und dann sollte das Ziel sein, nicht zu gucken, was machen denn die anderen an den Tagen, wo ich schlecht bin, damit ich alle Tage gut abbilden kann. Sondern versucht für euch zu erkennen, dass ihr diese Tage einfach ein bisschen Feuer erkennt. Damit ihr auch an den guten Tagen gut handeln könnt. Vielleicht sogar den Einsatz ein bisschen erhöht. Wenn ihr merkt, das ist so ein geiler Tag, der liegt mir sonst immer. Dass ihr da auch mal Feuer gebt. Und an den Tagen, wo ihr merkt, das sind so Tage, die kacke ich immer nur ab. Dass ihr halt gleich wieder früh das Ding ausmacht. Und am Abend guckt, was ist es denn geworden? Und dann euch auf die Schulter schlagen könnt und sagen könnt, das war ein Scheißtag. Alles gut, dass ich da nicht gehandelt habe. Das ist die Zielstellung. Weil in dem Moment, wo ihr euch dann diese blöden Tage, die euch immer nur blöde Verluste reinbringen, wenn ihr euch die ausmessert, Gewinne kriegen, das kriegt ihr auch ohne mich hin. Das kriegen alle hin. Das ist die Kunst, wo ich mich immer auch immer, sag ich mal, wo ich meine Funktion dann speziell auch drinnen sehe. Ist euch halt immer ein bisschen davor abzuhalten, diese blöden, dummen Verluste zu machen. Die meist dann auch die ganzen Wochengewinne, Monatsgewinne und so weiter auffressen. Das kann man verhindern. Das ist auch nicht schwer. Man muss bloß wissen, wo man ansetzt. Gut, ich mache hier zu. Wie gesagt, technisch identisch zu gestern und wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen zum Mittwoch. Und meine Erwartungshaltung bleibt auch gleich. Also ich kann mir das vorstellen, aber ich will ihn über 13,69 sehen. Ich will ihn über 14 sehen. Dann hat er Potenzial nach oben. 14,50, 14,90. Hier unten rum schlüppelt. Gucke ich mir an, ob er mal einen Stundenschluss unter die 8,80 stellt. Kommt der, wäre ich ein bisschen vorsichtig, auch unten raus. Plan hier nochmal ein 800 ein. Genau das gleiche wie gestern. Genau das gleiche. Also, bis denn. Tschö. Schö. 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 Schö.